Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Rhyne of Kings. Mit dabei sind der Bescheißer Bad und König Abo. Nein, nein, Bad ist unser Hofnar. Ja. Es grüßen König Abo, Königin Xyra und der Nabe Bad. Auf Hofnare stürzen Könige. Hast du gehört? Sei kein Nare. Hast du dieses Pusten darin gehört? Bad ist nicht glücklich über seinen Hofnar-Posten. Dann muss er sich halt hochschlafen. Er hat ja am Wochenende Zeit dazu. Ja. Mit einer peinlichen Ruhe auch geklärt. Holzbarm gibt es Schönes. Aber dann kann ich meine Fest bauen. Und der hat schon ein Dach. Also es ist unglaublich. Und dann wird es wirklich Zeit, dass ich mal ein Haus baue. Ich habe immer noch kein Fundament. Aber deswegen hat der auch nichts zu essen. Bis jetzt bin ich ganz gut mit dem, was ich habe, über die Runden gekommen. Ja, das, was du dir so aus unseren Lagerfeuern geklaut hast. Nein, ich habe mir nichts geklaut. Deswegen habe ich auch mein Essen dabei. Ich habe brav mein eigenes Kram. Ja, ja. Jetzt muss ich auch noch Wasser trinken. Das ist ja sehr schön. Aber warte mal ab. Wenn ich König bin, dann werde ich die Steuern so hoch reißen. Ja, das traue ich dir auch zu. Das sollte er sich mal einmal versuchen, weil dann werde ich König. Und dann, was glaubst du? Ich reiß die Steuern auf 10.000 Prozent und zuhörige mich wieder, was sie dadurch verliert. Und du darfst bluten. Also, naja, Gott, jetzt wollte ich gerade ins Politische gehen. Das lass mal lieber. Ja. Da bin ich ja dann so eiskalt, wenn du das machen solltest. Ah, warte mal ab. Erstmal werde ich, meine erste Amtshandlung ist erstmal die Todesstraße wieder einführen. Mhm. Okay. Für welche vergehen? Weiß ich nicht. Anti-Sympathie. Also meinerseits aus. Also quasi, wer Bad nicht mag, der ist gut. Nicht ganz. So, eigentlich müsste ich jetzt ja ein bisschen was fertig haben, ne? Nee, natürlich nicht. Wieso nicht? Nein, ich brauche jetzt gar nicht mehr zu. Weil, das bist du. Na. Was ist denn das? Ich hab Karotten. Du hast Karotten? Ich hab Karotten. Na, das ist ja schön. Und die sehen voll süß aus, bevor sie geerntet werden. Bei dir nicht immer alles süß aus. Und wieso hast du die gepflanzt? Nee, die hab ich im Wald gefunden. Ich höre Kühe. Melken. Milch. Aus dem Wald. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eben sagt, obwohl. Hab eigentlich schon mal jemanden Bär gesehen? Weil ich hatte nur gelesen, dass es jetzt auch Bären gibt. Vielleicht war das ja auch ein Bär. Oh, Bären hab ich schon gesehen. Also nicht Bären, sondern Bär. Nein, noch nicht. Die sind ja wahrscheinlich im Wald. Vielleicht war das ein Bär und gar keine Kuh. Geh mal nachgucken. Ich bin schon dabei. Aber nicht, dass du wieder stirbst. Nein, ich schlachte erstmal Holz. Oh, ich brauche ein Bett, sonst sterbe ich. Oh stimmt. Das muss ich mir auch noch machen. Es hört sich eher an wie ein Elch. Beziehungsweise wie ein Hirsch. Ein Brümpftiger. Das kann natürlich sein. Ein Brümpftiger. Ein Brümpftiger? Ein Brümpftiger. Dann ist dein Liebesleben ja für heute Abend gerettet. Okay, keine Details. Ich werde darüber auch gar keine Antwort geben. Also wenn er meint, von sich reden zu müssen, dann soll er das gerne tun. Ja, aber weißt du, das sind halt diese Sodomie-Anhänger. Ja, weißt du, so in der Wildnis muss man halt nehmen, was man kriegt. Darf nicht mehr so widerisch sein. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz dünnes Eis. Wird ja schon wieder dunkel, was soll der denn? Ja, Bett. Das bist halt du. Sag mal, was hackt ihr eigentlich heute alle auf mich rum? Du hast doch selber Schuld. Du drohst uns, wenn ich König bin. Und außerdem hast du mir eine Mine vor das Bett gelegt. Ich meine, gut, du bist selber drüber gelaufen, aber. Ja, und du bist nur selber drüber gelaufen. Und du hast nicht mal gemerkt, das war ja das Lustige daran, dass du ja nicht mal gemerkt hast, dass ich meine Kisten vor dem Haus stehen hatte, als du in dem Haus meine Kisten besucht hast. Ja, das stimmt. Und aber habe ich sie noch gezeigt, weil ich dachte, das wäre Nicole. So, wir gehen hier hinten auf der Ecke so langsam die Bäume aus. Ja. Deswegen bin ich auch in den Wald reingedauert. Wie lange dauert es, bis die wieder wachsen? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber da man ja diese Pinien-Samen bekommt, denke ich mal, dass man die auch selber anpflanzen kann. Hm. So, jetzt gehe ich auch erstmal zurück. Oder kann man die essen? Glaube nicht. Hast du schon mal versucht, Samen zu essen und davon satt zu werden? Achso, da muss ich hin, okay. Man essen kannst du eigentlich alles. Ja. Du kannst dir zumindest alles in den Mund stopfen. Und auch sogar runterschlucken. Und das auch. Ja. Cool, mein Gebäude sehe ich aus drei Kilometer Entfernung. Obwohl ich es noch gar ganz habe. Das ist cool. Ich meine es nicht, weil ich, ich habe immer noch kein Fundament. Ich sehe dich mit der Fackel. Du, ich habe mir einfach ein Heufundament gemacht und da baue ich jetzt mein Holz drumrum. Sollte man ja eigentlich mal mit der Fackel rumkommen. Ich habe ja schon mal meinen drumrum gebaut. Warte mal, ich wollte ja irgendwas. Irgendwas wollte ich doch. Ah, ich glaube, ich weiß auch was. Achso, ich hätte den Rest ja schon mal mitnehmen können. Wenn ich das jetzt mal gehe, geht das wohl? Oh. Ist der ja, ne? Oh. Und im... So. Überleg gerade. Ich habe vorher gemacht. Wie sieht das aus mit dem Heufundament? Wie sieht das aus mit Heu? Ist okay. Geht das? Ist der ja eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hm. Ist das doof. Man kann nicht die Fackel in der Hand halten und dabei bauen? Du, mich, Mann, schon. Wo hast du Heu her? Ah, wo? Ähm, von der Gelbfläche. Okay. Das werde ich mir gleich mal angucken. Und ich habe Licht. So, was habe ich denn jetzt gesagt? Was brauche ich? Habe ich nicht gesagt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, du kannst mich auch machen. Ja. Dann nehme ich halt alle mit. Boah. Boah. Nix wäre beinahe vom Dach gefallen. Ach so. Das geschieht dir recht. Ja, ne? Hallo. Hallo. Oh. Alle. Ich bräuchte eigentlich Licht, damit ich weiß, wohin ich meine Tür baue. Ich mache jetzt einfach mal mein Lagerfeuer an. Konnte man nicht auch eine Treppe bauen? Ja, hier. Ich glaube, das ist als Treppe schon okay. Langsam sieht das doch nach Haus aus. Ach so, ich wollte hier einmal anmachen. Dramatische Musik. Ja. Ist wie. Ich stehe im Feuer. Oh nein. Ich hoffe, ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf. Okay. Ja, wir müssen aber tatsächlich mal schauen, wie man denn, äh, anpflanzt. Hat denn schon mal jemand diese, 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 diese Pickaxe, äh, nicht Pickaxe, sondern diese, diese Holder schon mal gebaut? Oh nein, wie war das mit dem Drehen? Äh, Bild rauf, Bild runter. Oder über die Z-Achsen, die du dir frei belegen kannst halt. Ja, aber mal. Oh, Tato, oh. Äh. Hm. Er hat ein Dach. Okay, das kann ich gerade nicht setzen, das ist sehr schade. Ähm, gut, da muss ich dann gleich nochmal schnell gucken, womit ich das belegt habe. So, jetzt brauche ich noch. Wie würde ich mir schicken? Das war jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann, das Vogelgezwitscher ist schön. Das ist auch so im Spiel, oder? Ja. Äh, ich höre gerade keins, aber es kann ja gut sein. So, äh, gut, es wird hell, ich gehe dann einmal auf die gelbe Fläche und suche mir Heu. Dann will ich mal wissen, wie das aussieht mit dem Heuboden. Sieht ja wahrscheinlich schicker aus, als wenn man da dieses simple... eigentlich kann ja nicht mehr bleibt am Leben, wenn man da diese simplen Holzdinger hat. Ich kann ja einfach mal bei Avo Luschan. Was Luschan? Wie bitte? Was wolltest du Luschan? Äh, der Heuboden. Ach so, wie der aussieht. Ja. Nach Heu. Ja. Ich bin gut, ne? Ach, eine Schmiede hast du hier auch schon stehen. Ja, ja, ich bin, äh... Den Heuboden finde ich gut. Ja, der hat da schon eine fette Schmiede stehen, also... Ich hab schon mal was vorbereitet. Man könnte das Gefühl kriegen, ich latsche hier ein bisschen zu viel rum, aber jetzt suche ich tatsächlich erst mal Heu. Ich bin ganz viel rum gelatscht. Ja. Ist das da vorne vielleicht Heu? Kann ich dich einsammeln? So, ich muss erst mal wieder jagen gehen, sonst... Geht gleich Schicht im Schacht. Rose, hey. Dann geh doch mal jagen. Nein, ich muss auch jagen gehen. Ja Mensch, denn haben wir ja diese Woche unser erstes Match, wa? Nee. Ich hab noch nicht mal ein Fundament. Genau. Ja, und? Wir haben gesagt, in der zweiten Woche. Nee. Doch. So haben wir nicht gelettet. Was machen wir denn, wenn wir vier Wände haben? Genau. Ich bin dafür, dass wir das diese Woche austragen. Ja, aber wofür du bist, interessiert keinen, weil du nicht aufnimmst. Genau. Ach so läuft das. Ja. Wir wissen, wie das funktioniert. Richtig. Ha. Schafe. So. Und jetzt kann ich Holz jagen. Glaube ich. Ich jag gerade Heu. Muss ich auch noch. Aber ich brauche erst mal Holz. Wo war das jetzt? Kann ich mal aufwunden, was man mit der Wolle machen kann? Es gibt einen Webstuhl. Oh, okay. Mehr kann ich dir auch noch nicht sagen. Wahnsinn. Also so ein Spinnrad, meinte ich. Mhm. Ich hab vergessen, mein Lagerfeuer auszumachen. Äh, hallo? Jo. Klamotten werden vielleicht mal nicht schlecht. Mhm. Ja. Kommt, wenn ich endlich mal ein Dach über dem Kopf hab. Das dauert ja wahrscheinlich bei mir noch ein wenig. Und, äh, dann mal da reingucken. Dann kann ich doch mal gucken, was ich machen kann, oder? Dann kannst du mal gucken, was du machen kannst, ja. Das ist gut. Ich guck mal, was ich machen kann. So guck. Nicht das, was ich möchte. Und theoretisch, wenn ich jetzt sowieso gerade beim Sumpf bin, dann kann ich ja eigentlich auch noch mal ein bisschen Wasser mitnehmen, ne? Oder hab ich noch genug? Oh, ich hab genug. Warum kann ich denn nicht machen, was ich machen möchte? Das ist eine gute Frage. Was möchtest du denn machen, fragen wir mal so. Ich möchte Werkzeug machen. Okay. Aber geht nicht. Eisen, oder was? Ja. Geht das nicht mit der Workbench? Nein. Dann ist die noch nicht weit genug aufgewertet, denke ich. Ich muss den aufwerten. Also, ich hab meine jetzt halt um eine Stufe erst aufgewertet. Da mit dem einmal Leder und Flaks und Holz. Und das reicht nicht? Ich kann auch kein Eisen, nichts mit Eisen machen, nee. Also, zumindest nicht, dass ich das jetzt gesehen hätte. Ich auch nicht. Na, ich will erst mal ein Dach über dem Kopf haben. Ja, ja. Und dich dann bei uns bedienen wollen. Hm. Genau so sieht's aus. Genau das tut er. Hast du es erfasst, Abo? Sonst wer ja schon längst verhungert. Hm. Na gut. Dieses Seufzen, dieses ... Ich hasse mein Leben. Ja. Ich hasse mein Leben. Winston! Winston! So. Und dann, ich hab was gefunden. Beste Rolle von Booty ever. Hm. Dann geh ich halt nochmal Baum jagen. So. Naja, wir müssen aber schon irgendjemand rauskriegen. Das ist aber auch natürlich, ne. Ein Baum anpflanzen, eine Haufe gebrauchen. Also, ich denke mal, dass die auch von alleine nachwachsen, weil hier teilweise nach und nach immer so kleine Setzlinge sprießen. Oh. Es sprießen Setzlinge. Konnte man nicht früher die Kaninchen und so auch einfach mitnehmen? Wir wechseln das jetzt nicht mit Taurus. Achso. Okay. Hab ich bestimmt. Na gut. Boah, der Baum ist widerspenstig. Der schwebt. Woher? Ja. Ich meine, es hat den Vorteil, jetzt nicht mehr. Kommt's nicht mehr an? Oder schwebt er nicht mehr? Er schwebt nicht mehr, aber es hatte den Vorteil, er war in Schlaghöhe. Also, recht praktisch. Okay, Bäume wachsen nach. Gerade neben mir ist ein Baum gespawnt. Okay. Gewachsen kleiner. Naja, so ein kleiner Baum. Ein kleiner Baum. Marotten! Bist du dir ganz sicher? Ja. Dass das ein Baum war? Oh, ja. Also doch ein größerer Baum. Nein. Ein kleiner Baum. Ja. Diese Unterhaltung ist, äh, faszinierend. Wenn man hier oben steht, das ist echt ein schöner Ausblick auf die Insel, ne? Was gehst du denn? Na, hier oben bei den Schafen. Ach, ähm, Beth. Jo. Hattest du dir das Wurstspiel mal angeguckt, was ich dir geschickt hab? Ja. Ist cool, ne? Mhm. Nicole, du auch? Äh, ich kannte das schon. Du kanst es ja anders, das war unschön. Wieso kanntest du das schon? Äh, weil ich das schon mal gesehen hab. Aha. Geht mal, geht mal auf YouTube. Also ihr seid ja gerade auf YouTube. Deswegen, äh, geht das dann nicht weg. Öffnet einen neuen Tab. Und öffnet einen, ja. Aber erst nach dieser Folge. Und nach dieser Folge öffnet ihr einen neuen Tab, genau. Und dann sucht ihr mal nach die Flaschengeister, nach drei Flaschengeister. Danach sucht ihr dann mal. Und dann nehmt ihr die Version, es gibt da mehrere Versionen von, die er gemacht hat. Und dann nehmt ihr die Version mit diesem komischen Vogel. Ach, hat er auch noch mit anderen, oder? Ja, der hatte, der hatte noch ne andere Version, aber ich hab schon drunter geschrieben, also die mit dem Vogel gefällt mir besser. Weil einfach das Wortspiel besser ist. Mhm. Und der hatte in ner anderen Version, hat er so nen anderen Typ da, seine Fliege, glaub ich, ist das. Die hat er genommen, und da hat er eben auch andere Wörter genommen, aber da hat das Wortspiel nicht so gut funktioniert, wie ich finde. Mhm. Aber, ähm, mit dem Vogel, da hat er das, ich bin ja, du, ich kann mir das immer wieder angucken, bin immer wieder neu am Lachen, also das ist selten. Ich find's cool. Ich hab immer noch nicht genug Heu, ich hab's auch hier gesammelt. Ich weiß auch grad nicht, wie der heißt, für alle, die jetzt sagen, äh, warum sagt er nicht, aber wie der heißt. Nein, ich weiß es nicht. Ich hab keinen Heu mehr, ich brauch noch mehr. Oh nein, ich dachte echt, das wär genug. Tja, das, äh, war das Problem. So, noch mehr Heu. Feuer. Wo bist du jetzt nicht ins Feuer? Mir war kalt. Jetzt hast du heiße Füße, ne? Jetzt hab ich heiße Füße, ja. Endlich meine Frau mit warmen Füßen. Ja, auch sowas gibt's. Ja. So, bastel ich die jetzt erst. So, ich glaub, ich hab jetzt erst mal ein bisschen Holz gesammelt. Glückwunsch. Jetzt grad mal gucken, vielleicht. Nee, die Loks, die sind ja schon zu. Das Blöde erinnert doch stark an Neu. Minecraft, kann das sein? Meinst du, weil's Blöcke sind? Welches Spiel hat nochmal keine Blöcke? Es gab nicht so viele. Es gibt übrigens einen Ableger von Minecraft, den dachte ich mir, guckst du den mal an, weißt du, weil modern und, nee, es sieht hundertprozentig aus wie Minecraft, der Nachteil, du musst da richtig Geld reinstecken, ne? Wieso? Ja, du darfst das umsonst anfangen, aber wenn du dann irgendwie mal was machen willst, also ein bisschen was mehr machen willst, dann musst du dir Pakete kaufen. Okay. Da hab ich mir gedacht, alter Schwede, es gibt Minecraft, warum soll ich mal ein Minecraft kaufen, wo ich Geld reinstecken muss? Wie bescheuert ist das denn? Es sieht wirklich eins zu eins genau aus wie Minecraft. Okay. Wenn ich da drin war, hab ich mir gedacht, hm, das kennst du irgendwo ja. Ich hab bei Minecraft nie gespielt, aber ich hab's halt gesehen. Überleg gerade, ob ich zwei verschiedene Arten von Holz benutze, weil die Loks ja doch extrem teuer sind. Konnte man hier nicht auch irgendwie das Holz einfärben, sag mal? Die Loks sind teuer. Glaub mir nicht. Nein, du konntest das nicht einfärben. Du konntest da andere Sachen machen. Haha. Oh mein Gott. So, wie viel Holz hab ich denn jetzt gesammelt? Boah, ich dachte ja, ich hätte richtig Holz gesammelt, ne? Ja, verdammt, ist nicht so. Und, äh, vor allen Dingen, ja, Moment, ah. Hm. Nee, ist grad mein, hm, warum ist denn das Ding aus? Hallo? Grübel, grübel. Kommst du aus? Wiss ich gar nicht. Ist aus oder? Ich hab zu viele Loks gemacht, also Logblocks. Hast du gemacht? Hättest du jetzt, hättest du jetzt so viele Schrägen gemacht, das wär schön gewesen. Findest du. Hm. Aber warum? Hätt ich ihr abgekauft mit ihrem Fleisch. Die Schrägen. Mhm. Mit meinem Fleisch. So, wir haben zum Thema der Erde noch nichts. Hast du das, hast du doch bei mir geklaut. Nein, hab ich nicht. Aber ich schätze, ich, ich weiß. Au. Ähm, Nicole? Ja. Aber ganz schade. Hast du nicht falsch rum gebaut? Wie falsch rum gebaut? Naja, hättest du die Sache nicht besser drin gebaut? Ich hab drin gerade keinen Platz. Die kommen später wieder rein, ja. Du hast drin gerade keinen Platz? Ich muss hier den Boden noch machen, deswegen hab ich das erstmal draußen hingestellt. Kannst doch immer wieder umstellen. So rum baust du? Ich hab mir erst einen Platz zum Schlafen. Oh, ich muss ja noch was machen. Ach, siehste, genau. Schlafplatz, da können wir ja auch gleich machen. Wie mach ich denn ein Bett? Muss ich mal gucken. Federn brauchen wir noch. Nee, das Holzgefellte. Ich will ein Fluffy-Bett. Ein Fluffy-Bett? Stimmt, ich will auch ein Fluffy-Bett. Braucht man dafür? 200 Federn. Ich glaub, die hab ich. 200 Federn? Wie komm ich denn an? 200 Federn? Nee, hab ich nicht. Aber wenn ich Heul sammeln muss, dann kann ich das ja gleich mitmachen. Federn sammeln. Warte mal. Noch ein bisschen Platz. So. Ja. Halt, bevor ich die verliere. Um, 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 um. So, nun müsste ich doch endlich mal genug Holz gefarmt haben, oder was? Ich hab auch noch nicht genug. Vor allem mag ich diese, diese einfachen Wood-Blocks nicht. Also diese normalen Holzblöcke, sondern ich baue jetzt halt echt mein ganzes Haus aus diesen Lock-Blocks. Und die sind einfach so teuer. Mhm. Wie viel kostet da eine? 40. Ui. Mhm. Aber jetzt muss ich erstmal noch Heu sammeln. Und ich möchte Steinschrägen fürs Dach gerne haben. Damit es hübsch aussieht. Ja. Müsste ich eigentlich gleich mal nachgucken, wie das bei dir aussieht mit den Lock-Blocks. Weil ich auch am überlegen bin, das erstmal aus Holz zu machen und nachher erstmal zu gucken, wie ein Haus aus Steinen aussehen würde. Aber ich hab mich jetzt eben, ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Holz, ne? Aber da war ja nicht viel Ton in den Bäumen. Und wenn ich euch das mal so leider bezahlen muss. Das ist genau, wir haben 24 Minuten, haben wir rum. Mal wieder. Mhm. Wir sind also in der Zeit. Wir sind in der Zeit, ja genau. Ja, in der Zeit, die wir sonst fast immer gehabt haben. So, ich kriege hier noch ein paar Hühnchen und sammle Federn. Ich sammle auch noch ein bisschen. Und dann sagt mal Tschüss. Sag mal Tschüss. Sag mal Tschüss. 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 Tschüss.